so dann nehmen wir uns eine Bombe und zack und yeah ok so du Dungus Höhle ok du Dungus Höhle dann würde ich sagen willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Part 5 oder so ich weiß nicht sieht aus als wenn hier jede Menge Lava gruben pass auf du hintritt pass auf dass du nicht zwischen dieser Holz äh den Bretter läufst und dann da so runterfällst und so ne checkt schon ich weiß nicht mehr wo ich hin muss deswegen werde ich jetzt erstmal hier suchen ok erstmal die Bombe hier hinwerfen das ist ja schon mal ganz logisch und so 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 quatsch ich dachte hier liegt ne Bombe auf ok ähm nein 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 ich glaube wir müssen auch mit Bomben bekämpfen und hier dürfte die Karte drin sein wenn mich nicht alles irrt und jetzt leckt kurz Karte Leverendkarte genau so groß ist das Dungeon nämlich glaube ich auch gar nicht ich bin mir zwar nicht sicher aber na pff bisschen bisschen was ist es schon scheiße egal im Timing was jetzt wird ich dachte ich könnte vielleicht diese Statue kaputt machen ich glaube die muss man kaputt machen ich hoffe einfach mal nicht weil hier unten nicht irgendwas ah ne es war Master Quest ok ich hab grad äh Ocarina of Time mit Master Quest dem der schwereren Version dieses Spiels verwechselt ich hatte mich bewusst dazu entschieden Ocarina of Time zu spielen und nicht Master Quest weil Master Quest wären auf jeden Fall 100 Parts geworden ok wer weiß wie viel Ocarina of Time wird also scheiße will ich gar nicht aber ich denke mal es werden unter 70 Parts auf jeden Fall werden weit unter 70 denke ich denn ich beabsichtige ja nicht unbedingt alles zu sammeln ich meine ich möchte schon so ein bisschen was sammeln aber ich meine alles ist sowieso ein bisschen zu übertrieben ach so das sind Faschisten die uns kaputt machen wollen ach so dieses Faschisten Gegner ok BÄM also was war dann da grad der hat grad zu grün geleuchtet Nabi hat grad zu grün geleuchtet da ist irgendwas oh 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 ich hab ne Idee ich mach erstmal alle tot komm komm so ist doch irgendwas egal so äh ok die scheinen nicht irgendwie plötzlich loszulaufen und zu meinen dass sie uns töten wollen ups so ach ne hab ich schon gesagt dass mega jahreneike nicht dabei ist äh ich glaube ich glaube schon naja ihr würdet's ja wohl irgendwann mal gemerkt haben denke ich ich solltet ihr eigentlich sonst naja weiß ich nicht was mit euch aber geht juhu und los geht's äh ich mein weiter geht's so meinte ich das oh scheiße oh scheiße nein BÄM oh ok da war kein Herz Scheiße ah das sind die Schnauzputen na was geht mit euch ich nur mach auch ich sie so nennen warum brennt ihr denn weg jetzt oh wo wirst du denn jetzt wirst du denn jetzt wirst du die wechseln sich also ab na du komm her wirst du wirst du denn jetzt schon wieder weg wo wirst du denn jetzt schon wieder weg ja toll wir lassen dich hier nur einmal treffen Guck mal. Oh. Du scheiß Sau. Na, du Pute. Äh. Nein, Quatsch, nicht Pute. Tröte, sage ich dazu immer. Pute, wie du schon jetzt auf die Pute. Ups. Nix. Nicht gut. Wir haben die eigentlich. Oh, okay, okay, okay. Das war die Antwort auf meine Frage, denke ich. Da komm mal ja nicht so schüchtern. Du willst doch beweisen, dass du ein starker Kerl bist, oder? Komm her. Ich bin schon blöd, Frau Kommmann-Links-Stelle. Ich bin ja die ganze Zeit gegen so scheiße, wie ich hier kämpfen muss. Pferd, scheint da lang. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, okay, richtig. Wir sind richtig, das ist gut. Hier brauchen wir eine Bombe, weil das wieder so eine stabile Mauer ist, aber die können wir eben schnell springen, denke ich. Zack. Boah. Boah, wie schnell die explodiert. Oh, das ist unglaublich. Okay. Okay, das braucht keine Sau. Also, wir haben nur ein bisschen Zeit aufgehen lassen, gerade. Interessant. Wie geht das nochmal? Quatsch, ich weiß wieder. Hallo? Äh, Bombe? Ah, okay. Alter, der nervt halt. Okay, äh. Ich rede jetzt einfach. Ich glaube, das wird nämlich sowieso nichts, wenn ich jetzt gegen die Kämpfe und so. Nein, nein, nix. Gar nix. Oh, ich scheine einfach nur die Facken anzünden zu müssen. Ich glaube zwar, man muss den Bomben in die Fresse werfen, also in den Mund, wenn der offen ist, äh, damit die explodieren. Aua. Damit die dann explodieren, was ziemlich brutal klingt, ist aber leider so. Ich glaube zumindest ist es so wahr, ich bin mir nicht sicher. Aber so hat es ja auch funktioniert jetzt. Ich hätte jetzt gerade gedacht, das ist eine Glasscheibe, aber naja. Nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nein! Schnell, 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 komm, 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 komm. Boah, gerade so. Okay. Also können wir übrigens schneller laufen. Irgendwie. Wie auch immer. Okay. Erstmal hier. Ich hoffe, ich bin nah genug dran, weil sonst greifst ich mir gleich die Rosette auf. Und was ist hier? Oh, scheiße. Okay. Och nee, ich weiß schon. Na. Ich bin ja, ich weiß schon. Ich bin ja einfach mit Bomben abwerfen zu müssen, Karma. Oder so. Na komm, lauf rein Boah, das zieht sich ja ganz schön jetzt Ups Achso, die anderen sind keine Monster, da wie So Ach so, okay Interessant This is really interesting Kompass Boah, hab ich unbedingt gebraucht jetzt Ah, ohne könnte ich jetzt gar nicht mehr leben Ohne wäre ich verzweifelt Okay, das hier ist ein Rätsel Wir müssen alle Bomben Beziehungsweise Blumen hier Leichtzeitig explodieren lassen Deswegen werfen wir den einfach direkt in die Mitte Zack Ja, und so einfach geht's Und ich höre eine goldene Skulptula Das, das, das Darf ich mir jetzt nicht entgehen Die bringe ich um Die bringe ich um Wo bist du? Okay, scheint im Obergeschoss zu sein Beziehungsweise da oben drüber einfach Na komm Bisschen schneller bitte Na komm Hier höre ich doch was Ich hab mich, die hängt da unten dran Ne, bringt's hier nicht Was ist die denn? Aha, hier ist eine Einstabung Aber wie komm ich da rauf? Das weiß ich jetzt Nicht, aber Wer weiß Vielleicht Vielleicht ist das ja noch ein Hier ist was Das sind keine goldene Skulptula Doch, okay Hier ist eine goldene Skulptula So, nur einmal schießen Und damit haben wir schon Unsere dritte Skulptula Oder die vierte Die dritte Sag ich jetzt einfach mal Ich bin jetzt einfach mal pessimistisch Und sage Wir haben die dritte Skulptula gefunden Und was geht jetzt ab? Och nö Aua Ja, dein Schild Was? Die Mutter hat dein Schild verloren So Okay So, mein Freund Was hab ich gesagt Achso, okay Der hier ist anscheinend Nicht gefährlich böse drauf Jetzt, wir können einfach hoch Das ist auch mal nicht schlecht Aha Das ist interessant Das ist interessant Das ist interessant